Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12669 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Pflege deine Hobbys und Leidenschaften. Sie bringen Freude und Ausgleich in dein Leben. Pflege deine Hobbys und Leidenschaften. Sie bringen Freude und Ausgleich in dein Leben. Pflege deine Hobbys und Leidenschaften. Sie bringen Freude und Ausgleich in dein Leben. Du kannst dir Vokabeln in Reimen, Liedtexten oder Gedichten merken. Du kannst dir Vokabeln in Reimen, Liedtexten oder Gedichten merken. Ich säge Regalbretter mit der Kreissäge. Ich säge Regalbretter mit der Kreissäge. Ich brauche fünf Bretter der gleichen Größe. Ich säge Regalbretter mit der Kreissäge. Ich brauche fünf Bretter der gleichen Größe. Die Methode ist flexibel und anpassungsfähig. Wir passen den Unterricht deinen Bedürfnissen an. Die Methode ist flexibel und anpassungsfähig. Wir passen den Unterricht deinen Bedürfnissen an. Unsere Freundschaft gedeiht durch unser Interesse an gemeinsamen Erlebnissen und Lachen. Ich gehe gelassen und zuversichtlich durch jeden Tag. Ich gehe gelassen und zuversichtlich durch jeden Tag. Die Erdbeeren habe ich selbst gepflückt. Sie riechen gut. Die Erdbeeren habe ich selbst gepflückt. Sie riechen gut. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. und dann gib uns bitte ein wie ein Ding. Und dann gib uns das tief bitte ein Aduber. Und dann gehe ich nach unten in der Nähe. Und dann gehe ich mit dem Anbring. Und dann schachst du noch ein Drehmann zum喔- und anz Virginien. Und dann erzähl ich mal wie einaidier. Und dann spそれで jetzt und dann Blüten wir hier den Tag. Und dann fügelig. Und dann schmilzt das einen Einzimmer. Und dann schmeißt das einfach. Und dann gehe ich wieder. Und dann geht das Gerät. Und dann geht euch das, ein deck. Und dann geht darum. Vielen Dank.